Screenshot gespeichert, das wollte ich doch gar nicht. Online, sag in dich online, verdammt. Ich hasse es. Tack, jetzt tut sich gar nichts mehr. Ich glaube, ich beende mal schnell die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig geladen ist. Weil jetzt tut sich da gar nichts mehr. So, gleich ist es fertig geladen. So kann ich es irgendwie pausieren, damit wir das dann später komplett sehen, diese Videosequenzen bei den Ladebildschirmen. Ist ein bisschen blöd, wenn man es aufnimmt, naja. Herr Stark, Sie müssen die Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar-2-Unterseeboot mit genug Cruise Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor Sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Seals zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch? So, jetzt bin ich ganz gespannt, wie es weitergelten wird. Endposition. Minio-Board Team 4, hier Metal 01. Führung, Überprüfung durch. Over. Roger 01. Hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Jäger und Jäger, 17. August, 16.32 Uhr. Sergeant Derrick Frost wieder. Fang die Party nicht ohne uns an. Sind fast durch. Äh. Äh. Primärer Einschließpunkt ist offen. Aufpassen. Man wird da unten leicht getrennt. Äh. Äh. Okay. So leicht kann man ein Gitter zerstören, wenn man einen Schweißbrenner hat. Okay. Ein Unterwasser-Level. Cool. Und das Handtuch nicht vergessen. Ob da jemand rausgekommen ist? Wir können jetzt nichts für Sie tun. 295 Grad halten. 300 Meter bis zum Treffpunkt. Metal 01. Die Atmosphäre ist viel, viel besser als im Zweier-Part. Also im Zweier-Ähm. Also im Mord-on-Wolf in zwei, sag ich. Das Fehlteam sollte da vorne sein. Ich sehe Sie. Bin ich gut. Das U-Boot bewegt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Verstanden. Wir folgen. Vorsicht, Vorsicht. Fast hätten wir uns den Koffer an diesem Rohr angestoßen. Sonar im Auge behalten. Die Russen legen Minen. Frost, Augen auf der Sonar. Mine, ruhig halten. Was? Ich habe Angst. Recht, recht. Da ist eine Mine. Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Wartet auf mich. Ihr Arschlöcher. Ihr seid viel zu schnell. Wow. Noch mehr Minen. Oh mein Gott. Scheiße. Ich komme nicht durch. Scheiße. Bewegung. Motor aus. Es geht los. Ziel nähert sich. Oskar 2, 8 Uhr. Ich kann hier jetzt nicht weiter. Oder kann man das? Okay. Okay. Hey, lauter Fische. Da vorne. Oder sind das Fische? Wahrscheinlich irgendwas anderes. Moment, mein Mikrofon. Wartet, Leute, mein Mikrofon. Hier, da. So. Okay, jetzt geht es weiter. Spiel speichert. Platzier Mine. Platziere Mine. Frost, pack die Mine an das U-Boot. Ja, ja. Frost, Bewegung. Was waren das jetzt? Ich bin so behindert, eine Mine zu platzieren. Äh, schon wieder. Ja, immer mit der Ruhe. Wir haben ja Zeit, ne? Die Russen töten ja währenddessen. Die Menschen, wir haben ja... Was zum? Habe ich was falsch gemacht? Okay, los. Äh, war echt nicht schnell genug. Oh Gott. Platzier Mine, Frost, pack die Mine an das U-Boot. Frost, legt eine Mine. Okay. Witter Licht. Bitteschön. Mine scharf. Abstatt halb. Gut gemacht. Bereiten Evakuierung vor. Zünden wir die Mine. Drückt drauf. Novaloft, hier Metal 0-1. Bobo taucht auf. Beginnen Angriff. Verstanden, 0-1. Weiter mit Primärziel. Wir müssen... Oh. Position halten. Ah, sieht ja ganz nett aus. Oh. Also, die Atmosphäre ist wirklich episch. Luke geht auf. Kontakt kommt aus der Luke. So, wir Russen, jetzt geht's euch an den Kragen. Muss ich jetzt da rein? Nein, naja, steht, ich muss nur verfolgen. Was, wo? Ach da, naja. Okay. Okay. Scheiß Gaskammer. Mist. Alter. Das fängt ja schon mal gut an. Na toll, der eine da. Ich wollte da sicher gehen, Sandmann, ne? Für die Kinder. Hey, glaub mir, ich meine Kills. Böser Sandmann, ich hasse dich. Ey, und ich hasse euch noch mehr. Ich bleib mal wieder auf dem Boden. Der Tatsache. Hi. Er hat ne Shotgun. Ich glaub, die nehm ich mir. Und da werd ich doch glatt zum Schrot, Mann. Ey. Arschloch. Martin Luther King Jr. Aber wir kommen voran. Das ist ja nicht so, als würden wir nicht weiterkommen. Ich muss nicht mehr die Waffe hier. Polizei. Hey, Sandmann, ich sag dir, sollst du mir nicht mal den Kiss klauen. Ich will doch nicht mehr die Kiss klauen. Okay, 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 da ist noch einer, da ist noch einer, so als würde ich die Shotgun haben, oder die Stryker, wie auch immer, die ist hier auf engen Gebiet sehr gut. Feind, Feind, Alter, die haben alle Rotpunktvisiere, ich würde sterben, ich würde sterben, Samt, Mann, hilf mir, scheiße, jetzt brauche ich meine Pistole wieder, so, ich nehme jetzt mal, okay, ich glaube, so müsste es gehen, jetzt haben wir eine Shotgun und eine Distanzwaffe, Hey, 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 aus, böse. Da oben ist einer, so ein Gitter, das erinnert mich voll an Kreuz, der ist es, naja. Oh, wir haben ein Leck, er leckt mich fett. So, was soll ich hier jetzt machen? Also, der macht es auf, ne? Muss ich das jetzt machen? Ja. Bitteschön. Was mir aufgefallen ist, in jedem Modern Warpher-Teil gibt es ein Level auf See. Na, das war jetzt sehr clever gelöst. Fett in Slowmotion. Okay, Slowmotion, over. Mal gucken, was ist denn das? Ist das ein Radar? Ich habe Probleme mit dem Radar, Sir. Overload, wir haben 0-1, klicken Checkpoint, Neptune, over. Verstanden, 0-1, bestätige Neptune. Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcodes zu. Koordinaten folgen, Tango, Whisky, 0-5-6-6-2-8. Koordinaten bestätigt, Feuer auf russische Flotte in 30 Sekunden. Der hat aber ein cooles Mikrofon. Das will ich ja auch für meine Let's Plays haben. Das will ich mitnehmen. Na, los. Ey, geh weg, ich will das Mikrofon mitnehmen. Na, geil. Was muss ich? Also. So, nehmen wir mal ein Let's Play auf, ne? Dazu müssen wir erst einmal den PC anschalten. Mit diesem Schlüssel, äh. Ja. Okay, ab geht's wieder. Nach draußen. Und die frische Luft hier war es ja sehr stickig hier drin. Muss ich erst da runter, also ne. Yeah, jetzt sind wir wieder auf dem Boot. Wir haben ja auch schon den MV2 im letzten Level. Geil, 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 geil. Ich hab so viel Spaß gerade, so viel Spaß. Mesh, äh. That's the most fun, funny ever, I had. Wie auch immer. Oh yeah. Auf was soll ich schießen? Egal, ich glaub, ich hab's richtig gemacht. Ach, ist das nicht friedlich hier? Also, das ist völlig das Gegenteil, was ich, äh, ja, was in Minecraft alles abspielt hier. Also, in Minecraft ist alles ruhig, so friedlich. Und hier, pure Action. Das hat mir so gefehlt, in Minecraft. Was, das war schon das Level. Aber das letzte Level viel länger. Gut, dann bis zum nächsten Part. An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA, Foxtrot. Die Runde.